Wissen Sie, was das angeht? Im Leinstaat Tiergarten, die Förster, die fahren, das ist ein Naturschutzgebiet, die fahren ganz schnell mit dem Auto und die fahren zusammen. Und die sollten die ja eigentlich beschützen. Ja, aber die sind ja eigentlich Förster. Und die sind streng geschützt. Ja, ich weiß auch nicht. Die gehen nicht zum Teich, ich glaube, die haben so Höhen in der Erde. Ja, aber schwimmen sie uns nicht. Also, der kennt sich niemals. Na, für Filmen geht's schon, weil der stellt sie sich selber ein. Und der macht sie so, wie sie es braucht. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020